Oh Gott, was ist los? Woher kommt die Schisserei? Mein Führer, darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren? Mein Führer, das Zentrum von Berlin steht unter Artilleriebeschuss. Granaten sind in dichter Folge am Brandenburger Tor, am Reichstag und bis hin zum Bahnhof Friedrichstraße eingeschlagen. Von vor kommt der Beschuss! Mein Führer, wir haben noch keine Meldung. Ich spreche gerade mit Koller. Koller, geben Sie mir Koller. Koller, Sie wissen nun, dass Berlin unter Artilleriefeuer liegt? Nein. Ja, sagen Sie. Hören Sie den Beschuss nicht? Nein, ich bin im Willenpark Werder. Wissige Aufregung in der Stadt. Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Oder haben. Der Feind hat keine Eisenbahnbatterie an der Oder. Es handelt sich hier nicht um Fernfeuer. Der Divisionsgefechtsstand, der Flak am Zogen gemeldet, dass es sich hier um Geschütze nur des Kalibers 10 bis 12 Zentimeter handelt. Die russische Batterie ist bei Marzahn in Stellung gegangen. Das sind ja nur 12 Kilometer bis zur Strecke. Ist der Russe schon so nah? Man müsste die ganze Luftwaffe vom Führer sofort aufringen. Das ist unerhört. Unerhört. Der Russe steckt zwölf Kilometer vor dem Strecke. Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwinden eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach, Unsinn. Eine große Verantwortung liegt nur auf Ihren Schultern. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkreppeln. Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unerbittlich. Das Leben vergibt keine Schwäche. Die sogenannte Menschlichkeit. Das ist ein Geschwätz der Schweinepfaff. Mitleid ist eine Ursünde. Ich sage immer, Mitleid zu haben mit den Schwachen. Es verrat gegen die Natur. Das Stärke kann letztlich nur triumphieren, indem es das Schwache ausmerzt. Ich selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gehorchen stets jedes Mitgefühl versagt. Ich habe die Widerstände im Innern wie die Gegenwehr der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Anders kann man das nicht machen. Die Affen zum Beispiel trampe in jeder Außenseite als Gemeinschaftsfremdtod. Und was für die Affen gilt, muss doch in erhöhtem Maße für die Menschlichkeit. Himmler hat in Lübeck den Westmächten ein Kapitulationsangebot gemacht. Bei der Grafen bei Radotte. Der englische Rundfunk berichtet das. Himmler. Und der ein ausgerechnet Himmler. Ihr treueste Vertreuen. Das ist das schlimmste Verrat von allen. Göring, ja. Er war korrupt, immer schon. Speer, ja. Ein weltfremder, unberechenbarer Künstler. Ein, die anderen, ja, 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 ja. Aber Himmler, ja, ist das jetzt wahnsinnig geworden? Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich werde krank! Ja, vielleicht schon dort! Bitte, lassen Sie mich mit Ritter von Greim und Fräulein Retscherlein. Und holen Sie mir, Fägelein! Herr Führer, wir wissen nicht, wo er sich im Moment aufhält. Was soll das heißen? Er ist Himmlers Adjutant, er muss zur Verfügung stellen. Wir haben ihn schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Ich will sofort zum Bericht! Sie bleiben, Doktor. Bitte. Sie und Greim müssen so bald als möglich aufbrechen. Fliegen Sie zu Dolmets. Teilen Sie mit, er soll alles veranlassen, um Himmler seiner verdienten Strafe zuzuführen. Mein Führer, Ritter Greim und ich haben beschlossen, hier mit Ihnen in den Hut zu gehen. Ich danke Ihnen für diesen treuen Beweis. Aber Himmler muss sterben! Er hat Verrat geübt! Ja, ich hatte Recht, Sie nicht in meine Pläne einzuweilen. Mein Führer? Ja, klappen Sie deine Schaue tatenlos zu, bis diese Judenschweine mich abmurksen. Dies alles ist Teil eines gigantischen Täuschungsmanövers. Ich habe den Feind tief ins Reich eindringen lassen. Er wähnt sich bereits als Sieg, aber Sie werden sehen, Greimler. Es wird ein böses Erwachen geben. Der Endens mobilisiert den Norden Kesselring im Süden. Wir werden den Feind in einer riesigen Zangebewegung zerquetschen. Zugleich feile ich dem Russen mit drei Armeen, die bei Prag bereitstehen, in den Rücken. Ich hatte ja keine Ahnung, mein Führer, dass wir noch über derartige Reserven verfügen. Ich habe Vorsorge getroffen, dass Ihnen, Greim in Kürze, tausende modernen Strahljäger zur Verfügung stehen. Damit können Sie die Luftwaffe wieder schlagkräftig machen. Bitte schön, dass Sie sie eben durchgekommen. Vielen Dank, Frau Junge. Das Telegram von Böhring. Ja. Er schreibt, mein Führer, sind Sie einverstanden, dass ich nach Ihrem Entschluss in der Festung Berlin zu verbleiben, als Ihr Stellvertreter sofort die Gesamtführung des Reiches übernehme. Mit voller Handlungsfreiheit nach innen und außen. Falls bis 22 Uhr keine Antwort erfolgt, nehme ich an, dass Sie Ihrer Handlungsfreiheit beraubt sind. Ich werde dann zum Wohle von Volk und Vaterland handeln. Es ist Landesverrat und Verrat an Ihrer Person. Görings Sorge ist nicht so unberechtigt. Wenn unsere Kommunikationssysteme zusammenbrechen, und das kann stündlich geschehen, dann sind wir in der Tat von der Welt abgeschnitten. Befehle und Anweisungen können da nicht mehr übermittelt werden. Ich sehe das anders. Göring will die Macht an sich reißen. Diese Mischburke, die sich am Obersalzberg um ihn rottet, war mir noch nie geheuer. Das riecht nach Putsch. Dieser Versager, dieser Schmarotzen! Ein paar Wenge, der Faulpilz! Guten Tag, Frau Junge. Herr Speer, wie sind Sie denn noch nach Berlin reinkommen? Einfach war es nicht. Aber ich muss noch einmal zum Führer. An Ihrer Stelle würde ich damit lieber warten. Die Luftmacher! Was hat er da was gemacht? Allein dafür müsste man ihn an die Wand stellen! Dieser Morphinist hat die Korruption in unserem Staat möglich gemacht! Und jetzt das? Verrat an meiner Person! An meiner Person! Ich will, dass Göring sofort entbachtet wird! Und alle Mütter aufgibt! Für den Fall, dass ich den Krieg nicht überstehe!